Let's go Drongo. Was baut man denn? Erstmal einen Vank, oder? Ich hab keinen Schimmer. Ich brauche erstmal einen Vank. Immer Vankwischer bauen, egal wer mein ist. Oh, ich wollte eigentlich mal den Original-Skin wieder spielen. Ach, schon, ich war mit meiner Jungle Morigesch. Warum bist du nicht Jungle Morigesch gegangen? Ja, kein Ding. Das habe ich auch schon mal gemacht, das ist übelst lustig. Na ja, good luck. Good luck. Good luck erfahren. GLHF. So. Was machen wir denn jetzt? Machen wir Calls. Gewinn. Gewinn. Quiseln, Alter. Dimo. Der Dimo, der ist heiß jetzt. Mit Rugs. Hätte Rocker mich nicht da ständig eh gankt, also ständig, er war zweimal da. Die waren mit zwei Kills. Hatt ich eigentlich den Crunch, den Zornayers in den Griff. Geil. Ich war ganz froh, Dimo, dass du eben Greystone gepickt hast und nicht Krux. Mhm. So, wen habe ich denn hier? Sensi und Santo wieder. Oh. Hätte ich ganz schön arschvoll bekommen. Die meinten von eben, oder nicht? Ja, ja. So, ein Mann und Ward. Okay, aber Santo spielt jetzt Kira. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Early Game macht nichts. Alter, ich bin kaputt. Guter Call, guter Call. Du musst blinken. Oh. What the fuck. Ich werde versuchen wieder auszugleichen, indem ich hier ein bisschen Potenz. So. Mhm. Schöner Bärme. Hat gar nichts gemacht. Das waren die Minions. Wow. Alter. Ja, was hat denn der für Hooks, Junge? Ich meine, der hat ein Skin gekauft. Der muss krasse Hooks haben. Klein. Nein. Wie du ihn einfach gekillt hast. Ja, klar. Nein. Ui. Der ist nach rechts weiter gelaufen. Hab ich auch noch nie gesehen. Ich kann sie stunnen. Ich kann sie stunnen. In drei Sekunden aber erst. Ja. Rocker, willst du dir die rechte Fliege holen? Äh, ne. Schau mal, wo ich bin. Alles klar. Oh, lol. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Den hätte er sein können, dass du gleich... Er hat geblinkt. Krieg du auch geblinkt. Wenn du den getroffen wärst, glaub ich tot. Kommt ihr bitte zu Blut langsam. Also wenn ich jetzt sag, was sagt, dann kommt bitte. Ja. Da krieg du auch Cambling. Er macht meinen. Er macht meinen. Kannst du da hingehen. Ja, ey. Und ihn einfach kaputthauen. Einfach nur kaputthauen. Einfach nur auf ihn draufklatschen. Hat er ihn gemacht? Ne, ne. Er ist noch da. Der holt an. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er. Ich hol mir den rechten Riverbuff. Ich hol mir den rechten. Ich geh nicht zum linken. Na ja, der ist hier. Ich hab hier gewardet. Alles Gute. Der Quang hat rechts gewardet. Der weiß, dass ich da bin. Sehr schade. Kann sein, dass der Crunch jetzt rüberkommt. Der Mischling Bruxy ganked werden. Kann ich das durch den Tower durchmachen? Ne, schade. Ne, ne, ging nicht. Ging nicht. Äh, Quang kommt rüber. Ja, Quang ist miss. Ist gerade miss. Naja, Quang kommt hier rüber. Aufpassen. Immer schnell für nen Retreat. Also ich port kurz back. Ja, wahrscheinlich kommt Quang jetzt wirklich. Da ist er schon. Ich komm ne? Ich komm rauf. Ich komm rauf. Ich bin aufm Weg nach rechts. Ich hab blink, Ulti alles. Also Ulti hab ich nicht. Ich komm ne. Ist der überlebt noch? Nein. Nein. Scheiße. Ich bin so lang hin und her gelaufen. Ich bin so lange hin und her gelaufen. Ich bin aufm Weg, Rocker. Ich bin aufm Weg. Ich auch. Ich eile. Oh. Oh. Mach an die Flower Dive nicht. Die sind alle so lau. Ja, wir haben beide. Wir müssen beide haben eigentlich. Wir müssen beide haben eigentlich. Wohl erst den Quang dann den Richter. Digga, er weicht allen aus. Du hast nen Recht. Er ist der beste Spieler der Welt. Ich bin so scheiße. Nein. Nein. Ja, ich bin so scheiße. Ja, wir haben ihn. Alles gut. Boah, jetzt kommen sie alle. Geiler. Geiler Cage Dagger. Ich hab nicht meine Assists bekommen. Boah, ich hab das so geschissen einfach. Das hab ich einfach so heftig geschissen. Krass. Ich würde mal den linken Camping nehmen. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Oh baby, ein Triple. Alter. Den hab ich auch. Hä? What the fuck? Was ist das für ne Runde? Digga, du hast 5-0, Alter. Das ist ne fucking Decker. Ich stehe 0-2 schwank. Ich bin nur die Save-Kills. Ja, ja, alles cool. Aber das ist ja schon witzig. Ey, was geht hier ab? Oh man. Wie laufen die Games bis jetzt? Ja, sorry. Stimmlich lustig. Sorry, das stinkt da. Das ist schon relativ witzig. Das stinkt da grad extrem auf der rechten Lane. Ich hab da so hingeschissen. Ich hab komplett ge-freezed hier übrigens. Alles cool. Ich freesel weiter, indem ich die zu mich schieb. Mhm. kranges Mist. Oh Gott. Das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Aber ich bin auf jeden Fall so nach links. Ich hab noch einen Weg. Falt ihn. Hat der blinkt? Ich glaub, die machen Gold. Ja, hat er noch. Egal, wir können ihn holen. Komm, komm, komm. Siehst du, wo ich bin? Siehst du, wo ich bin? Der hat keinen Wolf. Haben sie? Ich hab, ich hab... Er hat geblinkt, boah. Ich hab ihn so schüttet. Das ist zu krass, was hier passiert. Ich hab den Gold-Buff geklaut. Ich bin sowas von weg. Ich hab 3.000 Gold. 3.000. Alter. Wenn es so reicht wäre, würde ich alles investieren. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe, Grugs. Ich hab kaum noch Leben. Äh, Quang kommt rüber zu euch. Quang, ich brauch Hilfe. Wir können fighten. Äh, nach links. Sonny, ich muss auf Gold warten. Ich brauch noch 30. Dann hab ich... Alles gut. Ich hab alle Kills von uns gemacht. Ja. Oha, wirk. Du musst damage bauen, 3 Combustion. Wohl die direkte Oblivion-Krump. Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich Red Buff machen, Papa? Papa? Wenden wir uns nicht schon so, oder was? Papa? Papa! Was für Papa? Papa! 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 Was denkst du denn jetzt bitte? Victor, come on! Papa! Ich komm jetzt nach rechts nach meinem Red. So, geh weg. Morigashi. Alter, ich... Ich krieg's hier nicht. Alles gut. Ich hab ihn. Okay, mach du die Kills einfach. Alter, die langen... Die langen... Ich hab mal hier wechseln, oder? Na ja, ich brauch Support-Items. Bauen wir Support. Passt. Ab jetzt brauch ich ADC-Items dann. So Spaß. Ich mach einfach mal Rollentausch. Äh, rechts der Riverbuff. Ich glaub der Kwang ist da hinten. Oder auch nicht. So, ich hab jetzt auch Love-Gesung eigentlich. Äh, der Kwang ist back. Äh, der Kwang ist back. Äh, der Kwang ist back. Das geht leider nicht. Ich muss mal back. Kwang ist back. Ich hab auf jeden Fall jetzt... Ich hab auf jeden Fall jetzt... Das ist Spaß. Ey, Victor. Victor, siehst du was da rechts geht? Ich hab kein... Ich hab keinen... Ich hab keinen... Quang kommt rechts zu euch. Ich komm mit durch. Ich komm auch. Ich komm auch. Ich komm auch. Quang ist auch auf dem Weg. Der steht hier unten rechts von der Rocker. Ja, Digga, du... Ich versteh halt den... Ich versteh halt den... Ich versteh halt den... Ich versteh halt den... Ich versteh... Ich versteh diese Logik nicht, Alter. Warum lockst du die zu mir? Warum machst du das? Hä? Ich lock doch gar nichts zu dir. Ich hab extra gesagt, komm nicht zu mir. Du kommst zu mir und alle laufen ihren Blue. Ich check's nicht. Mach das bitte nicht mehr, okay? Das war grad richtig dummer. Ich hab grad richtig... Ne, egal. Das war grad echt. Wen meintest du jetzt? Er meinte mich, aber ich hab ihn verstanden. Ach so, ich hab gesagt, komm nicht hierher. Nein, komm nicht hierher. Ich hab alles anders gesagt, komm nicht hierher. Oh, jetzt sind sie alle bei mir. Und wenn du kommst... Riktor Blink raus, ich kippe du nicht mal. Und hab mein Blink verpasst, weil... Nichts kilt war. So, ja. Ja, sorry, Bo. Also, Riktor hat Blink raus auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, ich muss auf jeden Fall jetzt mal irgendwie Kills machen. Ja, ich muss das Type-A-Farm. Trunch könnte gleich nach links kommen, theoretisch. Frank ist mit. Mann. Ich hab einfach mit dem Blink für nichts und... Ich bin mal zu blocken, bis ich mich beruhigt hab. Oh, schade. Ja, Crunch war links, ja. Bisschen gank. Naja, hab ich schon called das am links. Alter, okay. Was? Na, ne. Kann wir nix machen. Ich geh mal auf... Oh, Riktor wieder am Start. Ich backe mal kurz, ja? Ja. Was ist... Okay. Ja, ja, die geht auch weg. Links fehlt? Oh, die geht doch nicht back. Ich bleib noch, ich bleib noch. Bei nötig ist es... Fängen worden. Oh, schön. Lass mal Gold machen. Okay. Wir haben grad ne große Wave. Oh, Crunch kommt. Links fehlt. Vorsicht, Mitte. Wo kommt der Crunch? Der war grad hier an den... An den Wards hier. Gleich ist er im Jungle gekommen. Wir müssen mit, ja? Wir müssen muckern. Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin durchgezogen. Äh, Koks kommt... Entweder geht er wieder links, oder... Da ist er, ja. Ist hoch. Ich fang ihn ab genug. Er ist hoch im Jungle. Okay. Ich dachte, vielleicht macht der Solo Raptor, aber macht er nicht. Sehr schön. Willst du den? Nee, nee. Schaffen wir nicht, glaube ich. Warum denn? Okay. Weil Crunch da ist. Shit. Nice. Guter Blink. Wichtig. Wichtig. Und richtig. Aber trotzdem... Hab ich die Kira leider nicht bekommen, weil der Crunch doch noch da war. Okay, ich geh back. Wir können dann gleich den Grugs holen, der wird er mich weiter vorpushen. Ich bin gerade am Green. Ich bin gerade am Green. Ja, ich mein' danach. Weil der hat auch kein Blink. Quang ist rechts im Jungle. Schau, schau, schau. Na, ist wieder bei mir. Ich hab gefreezed, ich weg jetzt auch. Okay, jetzt komm mal rein. Du bist eigentlich perfekt gefreezed dann. Oh, nein. Der traut sich auch null vor, ne? Eigentlich bist du das ausnutzen. Mach mal deine Wave und dann machen wir das Mini-Orb. Ja, cool. Danke für den Wort übrigens. Ähm. Ich mach Mini. Jo. Ich geb' ihn dann dir, okay? Quang ist Miss. Noch. Quang ist Miss. Aber er ist nach hinten Miss. Also... Crunch läuft jetzt mal über die Lane. Der kommt jetzt in den linken Jungle. Crunch ist im linken Jungle. Quang ist jetzt ruhig. Fung rises. Ich komm wieder nach rechts, noch nicht. Ich komm wieder nach rechts, noch nicht. Und die Wischen. Bitte immer noch Miss. Crunch ist hier vorne. Hat der gewordert oder nicht? Ich kann nicht falsch. Ich hab ja den Quang, das ist sorry. Ich hab eigentlich... Das war der Doktor. Ja, nicht mit 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 mit. Ist ja egal. Aber Hauptsache wir haben den. Quang immer noch Miss. Links Miss. Er ist wieder bei mir. Boah, der holt mich jetzt fast nicht. Der Crunch auch bei mir wieder. Alle bei mir. Holy shit. Die linke Lane auch. Ja, die werden jetzt meinen Tower machen, denk ich. Woll ich für Mitte rotieren? Ich rotier für Mitte, okay? Ich rotier schon, ich rotier für Mitte. Nein, es sind zwei Mitte, alles gut. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich schaffe. Ich komm mal. Ne, Demo auch. Ja, okay. Ich komm, ich komm, ich komm, Demo. Ich besser weg. Ich komme. Ciao. Der ist so schnell, der Richter. Wenn der Quang... Wenn der Quang... Ah, okay, ne doch nicht. Ich dachte gerade. Der hat doch nichts mehr. Oh, der Freak. Kommt der hier in den Jungle? Kommt der hier in den Jungle? Nein. Cage? Hat die Kira blinkt? Ja, ich glaube ja. Ich glaub's nicht, dass der wegkommt. Warte. Wo steht der Affe? Ja, er portet sich dahinter weg, schade. Ich... Grax ist bei mir, Quang ist Miss. Ich hab den Gold gemacht, bevor die den machen. Mhm. Sehr gut. Links ist Miss. Ah, der Grax ist Mitte, ne? Ja, der Grax ist bei mir, der Quang ist Miss. Kann sein, dass der jetzt links, dass sie kurz switchen. Weg. Nur wieder musst du wecken. Ja, ja. Der wieder musst du weg. Aber ich weiß nicht, wann die Schuhe kommt oder wo es geht. Komm wieder nach rechts. Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, wenn der Krux hier wieder... Okay, beide bei mir. Ich glaube nicht. Und Crunch schon wieder bei mir, Bro. Aber ist noch keiner da. Ich muss Mitte. Ich muss Mitte. Ich komm auch in die Mitte. Ich werde hier nur noch weggegangt, Alter. Aber du bist nicht gestorben. Jetzt können wir ein bisschen... Ich komm, ich komm. Ich komm mal Mitte. Ich komm. Ich hab nochmal dicken Damage mit deiner Ability gemacht. Sehr schön. Ich hab den Quang gemacht. Ich hab den Quang gemacht. Der scheiß Rector macht mich hier. Ja, 0-3-0, weil ich halt am Anfang so geblinkt wurde, Alter. Oh, ich hab ihn mit Damage aber rein bekommen. Ich bin tot. Jaja, sehr schön. Und dann nochmal rumrollen. Wir haben getradet jetzt 1... Ne, 1-2-2. Jaja, es war ein Trade. Aber nur 2-2. Nene, wir haben 2 für 1 getrillt Naja, 1 für 2 hast du ja gesagt Ja Einfach Mitte pushen darf ich jetzt als Rache Ja lass mal Mitte Tower Sonst schnell machen Guck mal, ich guck Minimap, die kommen jetzt Rinktoys links in den Jungle Fast, haben wir Mitte Da haben wir Da ist er auch schon Da, da Die kommen alle jetzt, die kommen alle jetzt Hab ihn Kira Smith Sauber Doppelbootung hat er Oh, die kommen alle jetzt Ja, dass der jetzt so hoch steht Der Crunch gesetzt ist Der ist 3 Kills Dimo, äh, ich dachte Dimo Bocker, du wirst jetzt links gegangt Crunch kommt hier, äh, Quang Rechts, rechts kommt Ja, ich kann ihn hier nicht farmen leider Ich komme Äh, auch in Crunch ist Richtung rechts unterwegs Ja, ich glaub die gehen wieder Links, bruscht euch noch zu dir, Quang Achtung Mitte Quang ist hier im Jungle Ja, ich geh kurz Quang kommt bei uns Ich komm nach rechts langsam Ich bin da Ich komm nach rechts langsam Ich komm nach rechts langsam Ich komm nach rechts langsam Ich bin da, ich bin da, Jungs Wir müssen langsam hier was heißen Ich bin da, ich hab Link-Ulti Nein Äh, Grox, hoff es durch Ja, ich hab ihn Ja, der Def noch Äh, Def noch Ich dachte der läuft drüber direkt Nein Was macht der? Der hat mich direkt gehuckt Ich bin auf dem Weg Drax ist hinter mir Drax kommt auch noch hier Fangtuf Die Duelane ist noch ab, beide Ja, aber es ist ein Free Fang für uns Ich hab noch eins dann Also ich kann auch zonen Mori, bitte tanken Bitte Komm ran Mori, bist du näher ran Mori, du musst für mich denken Na gut Geh links weiter Ja Wenn ihr full life's und dich half life's Ich hab uns mal dann Bitte Bisschen tränken Oh Ja, weil ich halt doch gar nix aus, Bro Ich hab doch ein bisschen Bisschen von damage Aber 1400 Leben, was soll ich Schon klar Schau mal, ich hab auch 1400 Leben Aber ich war half life Was full life Du hast verhaltet Ja Ich becke Du hast ne escapees nicht Wenn ich da reinrenne Und du kommst Alles klar Aber Es geht nicht darum Es geht darum, dass Wir das objective bekommen Und wenn einer dafür stirbt Das heißt aber Wenn ich sterbe Bevor wir das objective fahren Haben wir keinen zweiten Und die kriegen wir Dann haben wir alles und sonst Ja, ja, ich versteh was du meinst Ich versteh was du meinst Ich versteh was du meinst Es geht darum, dass ich dich für mich auch fahre Das ist Es sei jetzt nicht Es sei jetzt nicht Es sei jetzt nicht so aus Dass du Dass du so Knapp Naja, wenn direkt um die Ecke gekommen wär Und mich direkt hochfette Und die Kira hat da wäre Du hast ja auch recht River Buffs dann ab, Jungs Bitte mitnehmen Die River Buffs Hey, Grox Wo ist der Grox? Es fehlt mir links Dann komm Kommst du auf Fang mal die ganze Zeit links Ja, das könnte sein, dass die Op machen Ah ne, hier Ich brauch Hilfe Ja Gold Buffs ist weg Wir nehmen den Tower recht Hier kommt auch ein Quang Ich hab gleich mein Escape wieder Die sind drinnen Die attackieren den Das rettet mir das Leben Das rettet mir das Leben Schöööön Schön, schön, schön Ich bin voll Sehr gut Ich bin voll Also auf Objekte sind sie nicht so geil Die sind aufhiel geil Wollen wir schon mal die Die wollen Kills machen Die wollen Kills machen Na, ok Einer ist links Ok Krunsch ist da Wir beruhigen uns erst nach T2 der will uns auch wo ist denn crunch crunch kommt wahrscheinlich gleich zurück oder der geht zum red ja war ganz gut jetzt mal noch ein kill dann bin ich weiter vorne okay was brauche ich denn noch so ich rotiere in die mitte so wenn die grugs geholt dann direkt zu ich nehme den anderen ja achtung crunch ich nehme den anderen riverbank ja ich ich gehe rechts dafür aber ich habe ein bisschen deckung der krank ist hier noch was mache ich ich miss klick einfach ich komme nicht hinterher ich habe sie ja frieden jetzt wenn es machen mich ich komme nicht mehr ich gucke meine leben an ich komme nicht mehr mit aber wenn er kämpft ohne adc mache ich das nicht ich wollte den clown also für mich das spiel jetzt kann man schon ja naja ja wir können uns für fang gleich aufstehen jungs das wäre geil wenn wir jetzt hängen auch gleich noch ja ich bin auf dem weg ich wechsle er will ich komme zeugt ich komme zeugt ich komme bei mir wir brauchen alle hier sehr gut alter war krass platzt der da hinten noch ich kann mir hinterher blinken der hat doch kein blick oder weiß ich nicht ich bin am fang dran ich habe die ganze zeit den falschen skill gelabelt loll sehr gut ich komme ich bin auch da ich bin auch da schön schön holt ihn euch sehr gut sehr schön jetzt schnell weg alle und bin ich so schnell hast du das ich kaufe mal was ich kaufe mal was ich wer hat denn papa gehört vor allem schatzi und papa im selben dings ist schon ein bisschen pass auf kann sein dass da gleich einer bei dir vorbeikommt halt dass du nicht für stimme können auch mal die stimmlage wechseln ja ja mit der stimmlage kannst du dich gerne papa nennen also ja jetzt kannst du von mir aus machen ja ok leute seid ihr ja ich hab ja zwei auf der land wie du einfach den scheiß kwang im 1 gegen 1 ich glaube er ist mad kannst du den ulten eigentlich dafür den hast du den hin ähm ich weiß nicht habe ich ihn gemarkt ja ich habe ihn gemarkt aber das langt nicht aha links fehlt ich komme nach rechts halte durch die machen nix sie wollen noch spielen ja dann immer egal wir machen jetzt wir machen dafür jetzt ich bin schon auf dem weg schau 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 bisschen ärgern er wollte jetzt dreimal backboard jetzt hat er richtig Zeit gerastet oh stop it crunch stop it stop it crunch stop it you don't want this i run ja schön i run du hast in äh sportig in adc optimal äh orb einfach direkt orb becken und orb ja wir würden erstmal in mitte tower jetzt einreißen weil das so denn 30 punkten ja ja eigentlich mittel becken orb ja das stimmt becken orb becken orb vorsicht mittel crunch ist da rugs kommst du er ist gleich nicht mehr da rugs kommst du ne ich hab grad ult auf cooldown wohin wohin ja eigentlich zu orb lassen wir das ding ob guter call eigentlich jetzt da alter ja wir sind jetzt da wir waren vielleicht fünf sekunden zu spät kann ich den eigentlich silenzen ne ne oder renne ich mal durch rrrr rrrr link link weiter alter krank macht mir damage das war gut das war gut ja ich komm gleich freundin hat gerade in chat geschrieben ich muss bin nach der runde raus aber ist er da noch 10 ich will die hauen wo sind die ich will die hauen wo sind die ist ja gar keiner ich geh sonst kurz weg oder warte mal ich schmeißen wir nochmal ich schmeißen wir nochmal 5 in der mitte du kannst links pushen 5 in der mitte 5 in der mitte rüber würde schmecken schade du hast doch prime ja du doch auch ja aber ich brauche farm du hast ganz viel farm wo habe ich farm hä du hast mehr du hast mehr kills als ich last hits hab alter wer redet hier über kills hallo kacke ball boah schön 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 alter tschüss was passiert ja ich helfe dir alle auf tut alle auf tut alle auf tut alle auf tut ich konnte auch denken kein problem wir blinken alle alter den hast du ja so gelöscht wir haben einfach alle geblinkt wei 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 wir diesmal glaub ich pushen einfach durch das geht schneller das der boat ja wollen wir woten? nein wir woten dann kommt noch mal einer kommen wir den auf der hautplattform ooooh 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 geil genial sehr stark war lustig man muss man einfach wissen wann man loslässt gg alter was witzig gg alter hauptsache der support hat die meisten kills ne rocker die meisten kills aber von 0 3 weiß der erste hat er geweint und jetzt 9 40 30 30 hatte gar keine chance geben ich könnte mir erzählen was ihr wollt muss ich auch mal spielen aber sagt wird es echt sagen kann man spielen kommt mit auf gar keinen fall er als support geht easy fit ja als support aber als mitländer dich das war katastrophal ich meine hätte ich hätte ich der einzig gepusht level fünf nicht fahren können ja gg das war giga fun hey danke